Noch eine sehr gute Frage. Wir sind jetzt sechs Monate in Social Media unterwegs und wir wurden gefragt, meine Güte, wie macht ihr das überhaupt? Wie wir das machen, sind zwei Punkte. Zum einen, ich engagiere mich dafür, ich bin vor der Kamera und noch viel, viel wichtiger ist mein Mann, der hinter der Kamera ist. Das ist der, der alles hier produziert, macht, schneidet, filmt. Auf den kann man sich verlassen. Ich kann das alles nicht. Wer macht das für uns? In dem Sinn, besten Dank. Ich bin froh, dass wir so einen haben, der das hier macht. Wir haben festgestellt, dass man ja heute um diesen Kanal, um dieses Medium eigentlich nicht mehr drumherum kommt als modernes Unternehmen. Und daher haben wir die Möglichkeit, quasi auch für euch tätig zu werden. Wenn ihr daran Interesse habt, mehr Kunden zu erreichen und daraus natürlich auch mehr Umsatz zu generieren, dann setzt euch einfach mit uns oder mit dem Javad Media Team in Verbindung. Da bekommt ihr ein entsprechendes Angebot und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr hier unterstützt werden könnt. Zum einen täglich, wöchentlich, monatlich oder auch nur einen Einmalfilm und können einen Imagefilm drehen oder je nachdem, was ihr wollt. Wenn ihr daran Interesse habt, meldet euch einfach. Wir stellen Kontakt her, entweder über mich, Matthias Sensel oder direkt bei Javad. Das war's. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.